Hier müssen wir ein wenig leiser sprechen. Im japanischen Garten bitten wir unsere Gäste nämlich um Ruhe. Wir stehen jetzt vor unserem Kamaburu. Das ist die einzige Lehm-Steinsauna in Europa und ihr dürft jetzt da gerne bei Kerzenschein gemütlich schwitzen. Es hat eine sehr angenehme Strahlungswärme durch die Lehmwände und ich wünsche euch einfach viel Spaß und ruhig gut. Jetzt sind wir in unserem finnischen Saunabereich angekommen. Hier ist unsere finnische Sauna, in der finden mehrfach täglich schöne Aufgüsse statt. Dabei legen wir viel Wert auf Natur. Wir haben entweder naturreine ätherische Öle mit verschiedenen Düften oder wir kochen einen leckeren Aufguss Sud aus Kräutern. Lasst euch verwöhnen, der Aufguss geht in wenigen Minuten los. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020